komm go go, heil dich und komm mit boah ich hab noch 24 Urichalkum waren irgendeine Waffe muss damit doch noch gehen ich hab dir welche gegeben jetzt komm mal mit du kannst halt das Urichalkum Schwert machen aber das find ich halt doof wir haben ihn überhaupt nicht gelöst wir brauchen viel mehr Urichalkum ja jetzt komm mit du willst jetzt den mit dem wenigsten live mitnehmen ey sollen wir mal kannst du denn ich kann auch sofort mitkommen kannst du mit dem Palladium kann mich und Titanium abbauen achso du kannst alles abbauen sollen wir dann nicht lieber Titanium Waffen machen Titanium Waffen ja mal what the fuck ist das denn jetzt hier ich hab grad einen magischen Dolch verzaubert das hat 8 Gold gekostet das ist richtig übertrieben so Abram ich komm ready? ich komm aber Christian wenn man das Urichalkum Schwert baut dann könnte man das verzaubern dass es schnell wird weißt du was ich meine? ja weil ich glaub du kriegst halt so plus 10% Tempo hin das ist aber auch nicht so weit ja noch ein Stück ich sag dir bescheid also ich weiß was du meinst aber das hab ich mit dem anderen auch schon gemacht das wird trotzdem das ist 10% mehr das ist immer noch durchschnittlich und plus 10% Tempo das ist der Muramasa mit schnell ja aber das reicht doch das zweite was du da hast an Schnelligkeit das du musst halt jedes mal klicken du kannst dich gedrückt halten aua ne ich muss oben lang laufen scheiß ich kann noch nicht warte ich hab Sidevision Helm gekriegt ist ja witzig ja stimmt Fackeln jetzt hat sie hier Jay dabei Entschuldigung dann geh ja wieder Entschuldigung ne das ist nur ein bisschen komplizierter mit dir weil ich mich noch nicht daran gewöhnt hab wie deine Typin aussehen so wenn wir uns jetzt hier durchbuddeln Peter da durch dann sind wir da alles klar ich hab leider nichts wo ich dir helfen kann da dachte ich mir du wenn du ein bisschen nach unten baust da muss man da hinten zu dann war mal hinten zu wow ich falle geil ah ich seh die Sachen alter nein lass mich in Ruhe geh weg live crystal detected ey Christian ja ich hab jetzt grad das Orichalkum Schwert gemacht mhm das hat verzaubert ich hab das als Legendär Verzauberung wow das ist die beste Verzauberung und du kannst gedrückt halten das ist das ist minimal langsamer ja gut aber legendäre Verzauberung ist aber auch und das macht 61 ja das ist halt legendäre Verzauberung alter das ist die beste ich hab keine Fackeln plus man sieht doch alles oh von hinten ja da kommt doch keiner rein alles cool ja der teleportiert sich man ach ne verpiss dich doch du mieser Go lol der hat 110 Leben ne 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 benutzt den Spiegel und hau ab ja wieso ne dram ne neosp到 ja sicher wir spawnen hier einfach ihr miesen kleinen Drecks hhuren okay Habe ich gerade ein sehr, sehr starkes Modo bekommen. Amarok? Äh, ja. Was ist das denn? Boah Terraria, du machst mich fertig. Wo seid ihr jetzt wieder hin? Loll, ist er wieder nach oben? Ja, wir haben die Sachen geholt. Wow. Loll. Alles klar. Ja, ihr könnt genau an die gleiche Stelle nochmal. Alles klar. Ich hab mich, vor allen Dingen, ich hab den Sound vom Porten schon gehört. Oh, scheiße. Oh, diese miesen Viecher, die einfach spawnen, sind doch echt zum Kotzen. Du musst mitkommen, Christian. Ey, Bram. Wie soll ich denn da mitkommen? Gib mir mal bitte den Stuff, den du hast. Haben wir gerade mit Bram genauso gemacht. Ja, ich bin dabei. Bin dabei zu gucken, ob man bauen kann. Oh, cool. Ja, gib mir mal dein Stuff. Wenn du noch zwölf Stück hast, dann können wir noch eine komplette Rüstung bauen. Ja, ich hab noch Stuff. Äh, Peter, gib mir mal kurz. Ne, gib du mir. Ne, ich brauch ne Rüstung. Ich will mir das auch so, was ich mir baue. Warte, das für Christian ist halt so. Ich hab ne Bienenrüstung. Ach so. Ja, dann go. Du hast ja gar schon eine gebaut, alter. Nein. Wo war das denn jetzt nochmal? Ich hab dir erstmal was gebaut. Tja, das ist ne verdammt gute Frage. Das war da, wo man links ein bisschen tauchen musste. Komm mal auf die Map. Ah, das ist mega simpel. An dem Punkt, wo der, äh, wo rechts das Häuschen ist. Hier ist rechts das Häuschen, aber hier sind wir. Ne, wir müssen noch ein Stückchen weiter runter. Nein. Okay. Nein. Das nächste, wo links durch große Hühle kommt. Könnt ihr das bessere Nichtschwert bauen? Dafür braucht ihr nur das normale und Crystal Shards. Die gibt's überall unten in der Hollow. Das ist etwas besser als das Orekalium Schwert. Okay. Danke. Was hast du noch alles an Palladium Rüstung? Äh, Helm. Dann baue ich dir schon mal Rüstung und Schuhe, ja. Oh, guck, war falsch. Okay. Na, ich glaub für paar Orekalium haben wir nicht mehr. Du musst oben lang. Ja. Füße und Brustplatte war das, ne? Äh, ja. Du musst hier oben lang. Den Sprung muss man das schaffen. Okay, alles klar. Mit dem, mit dem neuen Schwert macht's drei Hitsen und das Feierabend. Ich glaub doch einfach oben lang, geiler. Ich wollte, wie es noch meine Sprung schafft, Junge. Ja. 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 Aua, aua. Weg da, weg da, weg da. Not bad, not bad, my friend. Alter 59 Schaden, du hast noch gelitten, ey. Ah, da sind's die Sachen, ja. Was blöd ist nur, irgendwas ist auch runtergefallen. Warte mal. Oh, scheiße, ich hab immer noch keine Fackeln. Oder sowas. Da kommt ein Schwert, da kommt ein Schwert. Natürlich geht's auf Christian. Natürlich geht's auf Christian. Ich ruste mich gerade aus mit Soldat. Ne, nimm den Spiegel. Such den Spiegel und nimm den Spiegel. Richtig. Achso, der Spiegel ist runtergefallen. Ernsthaft? Ne, Moment. Den Spiegel habe ich. Da liegt nix mehr, aber irgendwas grünes ist da runtergedroppt. Den Hammer habe ich nicht mehr. Der Hammer muss hier runtergefallen sein. Da ist ja keiner von euch Licht. Da. Alter, mal eben kurz aufploppende Gegner sind ja mal richtig asozial. Also den Hammer habe ich nicht mehr. Das war aber auch ganz schön sexuell, oder? Ja. Na geil, dann ist der Hammer leider futsch gegangen. Ja, das ist ja ärgerlich. Oh! Ich weiß nicht. Alter, Vater. Ey, Hardy. Was denn? Guck mal, man kann hier das Eis sogar runterknallen. So, okay, go. Oh, das ist ja richtig, das ist ja voll, das ist ja unglaublich gefährlich. Warum? Kriegt man Fallschaden? Oh, oh, ja. Hier ist ne Falle. Aua! Was macht ihr jetzt da unten, Bros? Ja, wir wollen doch jetzt noch weiter... J, was ist denn den Kram? Ach so, du bist noch hier. Ja, das klingt, klingt clever. Was siehst du denn aus? Ich habe leider halt... Alles danke. Auf Fernkampf. Fernkampf, Kampf. Hey, wie kann das denn sein, dass die Brustplatte weniger Abwehr gibt als der Helm? Genau, hier. Weiß ich nicht, weil du Nahkämpfer... Ach, siehe? Wo denn? Ich habe den Hamarans einschreiben, die bei mir. Ich arbeite doch nicht. So, hier hoch. Also. Oh, da war ne kleine Falle. Geil doch. Geil doch. Geil doch. Und Peter, was hattest du gesagt, braucht man zum Updaten von dem Laserschwert? Shards. Was für Shards? Crystal Shards. Was sind das für die? Dankeschön, dann. Oh mein Gott, it's Mr. Myrle95. Keine Ahnung. Die gibt's hier überall, sagen die. Ich glaube, ich hatte auch schon mal sowas aufgesammelt von irgendjemandem. Oh oh, was ist das denn? Oh, wer kommt da von hinten? Brrrr. Der hat Bacon fallen gelassen, alter. Verbrauchbar. Ich esse Bacon. Nam, 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 nam. Dringere Anhebung aller Werte. Das passt so weg. Tja, also diese Crystal Shards, weil sie nicht hüttert sein soll. Oh shit, ich brauche noch Fackeln. Die, die, die gibt's in der Hollow, hat derjenige geschrieben. Die machen übrigens Hard Damage dir, die hässlichen. Die Crystal Shards gibt's in der Hollow. Wie verwirrt sind die? Komm Walter. Ähm, ja, in der Hollow-Welt, wir sind ja quasi... Moment, was ist nochmal die Hollow-Welt? Da ist doch diese... Da vorne ist wieder... Da ist wieder Crystal Shards. Alter, von was krieg ich denn hier ein? Für Kinderländer. Ich sehe nichts leider. Das ist doch nicht die Hollow. Oh. Oh. Alter, irgendwas beschießt mich hier! Ja, und zwar ordentlich. Warte mal, ich guck mal nach. Ne, das kam von unten, glaube ich. Da ist aber nix. Crystal Shards sind die leuchtenden Kristalle, an denen ihr die ganze Zeit vorbeilacht. Oh die! Oh! Snacks! Wieviel brauchen wir davon? Weiß ich nicht. Kristallscherbe. Guck mal. Kristallscherbe. Das ist sogar scheißegal, welche Farbe du einsammelst. Das ist natürlich richtig sexuell auch von uns gewesen. Was kann man damit machen? Das Laserschwert updaten. Und was macht das dann an Damage? Ihr sagtet, das wäre ein bisschen besser als das Urichalkon, aber das ist bei deiner legendären Verzauberung wahrscheinlich... Bei deiner legendären Verzauberung dürfte das relativ egal sein. Alter, diese blöden Viecher, die sich porten, die gehen immer hammerhart auf die Misse. Aber ich hab das doch gar nicht legendär Verzauber. Ich hab das einfach geschmiedet und da war das schon so. Alter, Vater. Ja, aber das ist eine legendäre Verzauber, die kannst du nicht verbessern. Heißt also, ich soll das gleich mal da reintun und nochmal neu schmieden. Ja, guck mal, was das kostet. Das würde mich mal interessieren. Wenn ich kämpfen, werdet ihr die Krise kriegen. Loll, wegen beim Special Effects. Die soll ich da jetzt mal runterstecken oder was willst du? Ja, jetzt spring mal runter. Mega krass, jetzt fliegt hier überall die Fliegesternstuppen quer. Links, rechts, oben, unten. Tüche gegen. Boah, der Bruder. Ah! Diese Seelen brauchst du mal auch, ne? Und das Schwert jetzt da da unten. LOL! Alter, bin ich zerfickt worden. Oh! Oh! Autsch! Adi, hast du eigentlich noch so'n Trank? Äh, ja. Alter. Stopp, da komme ich nicht hier. Bram, kannst du mir helfen. Jaaa. Wie viele Kristallscher haben auch mal denn? Nee, ich hab den Trank. Wo hab ich denn denn? War da. Oh, ich hab ne Seele des Lichts bekommen. Ja, da hab ich auch schon welche von, die brauchte man doch. Ist noch nicht mehr genau wofür, aber... Ach, guck mal, gar nicht weit. Fuck you! Er hat eben links in den See gedroppt. Sollen wir uns hier mal durchbauen? Sollen wir machen. Ja, oder wo soll man sonst hin? Ja, 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 passt schon. Ja, 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 passt schon. Da kommt man nach hinten ab. LOL! Au! Okay, das kommt niemals nebenan alleine. LOL, was hab ich denn da gekriegt? Blessed Apple! TIDA! Was macht ihr da unten eigentlich gerade? Ich hab aber auch einen Lack teilweise. Ja. Rame, teleportier dich einfach. Peter, hilf mir mal! Wenn du gefarmt hast. Ja, natürlich auch. Aber ich hab noch nicht alles. Ja, egal. Wann hast du einen Apfel hast du schon getötet worden? Blessed Apple! Oh, oh. Was ist das denn hier alles? Ich glaube, ich kann... ...ein Einhorn ziehen. Alter! Machen die Schaden! Junge! Ja, was war denn jetzt? Alter! Boah, Junge! Boah, Junge, war das krank! Moment, wieso gibt mir Bram einen Slimehack? Ich geb eigentlich, äh, das war alles, alles das Zeug von, von Jay. Ja, das heißt, Jay hatte auch schon einen Blessed Apple und sagt ja nichts. Ich bin schon tot. Boah, als ich das Loch aufgemacht hab, wie viele Spinnen da durchkamen, ja, wie viel Damage... Ja. 65 Schaden gemacht! Blablabla, blablabla. Sorry, Lutscher. Äh, Peter, ich geb dir mal die Tränke. Weil der Hund, der macht hier grad ein bisschen Theater, ich glaube, ich muss auch mal mit dem gehen und mal mit dem Spiel und was weiß ich nicht alles. Daher reiche ich euch den Shit jetzt mal weiter. Oh, Christian, das war für, das war für Jay. Höhlenforscher-Tränke, wo ist der denn? Jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat Jay, das glaub ich. Ne, ich hab den Blessed Apple gegeben, das war für Jay. Summon the Riders of the Unicorn Mount. Den Blessed Apple hab ich auch nicht. Ne, den hat Christian gerade aus Versehen eingesammelt. Das ist definitiv noch nicht alles. Ne, ich weiß. Ne, ich hab auch noch ein paar Sachen. Ich warte darauf, bis Christian da weg geht. Äh, ja. Beziehungsweise dir die Sachen gibt. So, Christian, das Ding umzuschmieden kostet... So, dann geh mal weg, dann kann ich Jay die anderen Sachen geben. Alter, wie schnell man mit dem Pferd ist. Oh, das ist nicht wenig. Was ist das denn für ein geiler Scheiß? Das ist ein Unicorn. Boah, das ist dieser Blessed Apple, den Johnny hatte. Damit brenn wir hier oben. Oh, lebt mich am Arsch, Alter. Hast du da noch was? Ja. Du kommst hier nicht raus. Natürlich komm ich raus. Also das ist ein normales Loch. Alter, Vater. Wow, okay, das ist... Alter, ist man schnell damit. Holy Shit. Aber du kannst damit nicht fliegen. Naja, aber Doppelsprung geht damit. Kann ich in die Quest mit das Äppelchen überhaupt aktivieren? Aua! Ah! Wo bist du? Eine Etage unten. Glück noch ein Herz für dich. Ah, cool. Und jetzt habe ich irre. Ja, nice Jay. Jay. Jawoll. Wo sind denn da? Gott sieht das jetzt behindert aus mit meinem wunderschönen... Meister, du machst den Gegnern Schaden, wenn du durch die durchreitest. Ja. Du hast ja auch ein Einhorn, Peter. Alter, ich sterbe hier gleich. Die machen mir aber auch ganz schön Schaden. Absolut korrekt. Mit habe ich auch gerade gedacht. Alter, was kommt denn da? Ich muss mal eben kurz hier Dings benutzen. Dickel! Die Seelen braucht man für die Flügel. Ach stimmt, wir haben die Laserklinge und... 50 Kristallscherben braucht man. Alter, wie schnell ich bin. Die Laserklinge sieht jetzt auch anders aus. Nein, wir haben die Laserklinge. Also mit 50 Kristallscherben machen. Ah, okay. Das habe ich mal eben schnell gegoogelt. Habe ich alles, aber... Müsste. Ja. Habe ich alles, aber müsste. Alles klar. Brauchst du nicht, oder was? Finde ich jetzt das Unicorn besser oder den Block besser? So, ich gucke... Wenn ich gucke auf die Uhr, sehe ich, dass ich langsam gleich mal los muss. Ah, ich muss nämlich noch zur Post. Machen wir jetzt einen Cut oder was? Wenn zwei Leute gehen? Dann machen wir jetzt einen Cut, wenn Hardy und Christian gehen und... Jay wollte jetzt gleich? Stimmt das? Kann ich das sagen? Bist du denn dabei alleine? Ist langweil. Ich bin dabei. Ich bin hundertprozentig dabei. Na, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die dann morgen kommt. Haha. Tschüss! Tschüss! Und davon. Haha.